jo meine freunde willkommen zu einem weiteres video auf meinem kanal heute geht es mal darum wie man extrem viel geld machen kann wieder weil viele mich extrem nachgefragt weil das letzte was ich hochgeladen habe ich lass mal einblenden war nicht so super aber war ein kleinlich möglich haben wir nicht so viele gefragt haben es hat extrem viele geld schon gegeben aber mit mir nicht die gemacht haben ein großteil gehen die nicht mehr oder extrem scheiße deswegen habe ich ein großteil auch nicht hochgeladen so in diesem video braucht ihr einfach ein normales auto super sport waren nicht mehr als 50.000 und ein ps3 freund xbox freund und ja das war es eigentlich auch schon wenn es alles hat ein auto freund und eine garage dann könnt ihr auch auf jeden fall machen auf jeden fall geht es darum ihr müsst kurz vor die garage hinfahren eure freunde geht auf die linke seite mit eine gezogene waffe wenn ihr da rein fahren muss euch freuen euch abschießen und dann kann alle zwei abonnenten mir geholfen haben super dank an euch das einfach schnell x drücken hinlaufen durch ein auto ich bitte euch so lange meine freunde gibt diesem video einen daumen nach oben schreibt doch mal euch im kommentar wie das video gefunden habt braucht ihr hilfe einfach in die kommentare schreiben und abonniert diesen channel ich würde mich mega freuen und noch eine bitte tut das video einfach welche freunde teilen facebook twitter und was ihr noch habt skype so es müsste einfach hier ein auto gleich einsteigen ich mache hier noch etwas blödsinn als information es gibt wie gesagt es gibt auf jeden fall einen gleichen glitch was ich euch zeige wie man auch mehr als 50.000 machen kann das heißt die autos über 50.000 verkaufen kann aber diese möglichkeit gibt es aber die engländer die machen das aber wie ich verstehe das nicht richtig wie das gemacht haben weil mein englisch ist auch nicht so perfekt so jetzt müsst ihr einfach ein auto ersetzen wie ihr seht ich habe hier drei super sportwagen die das ich daran ersetze richtig geil so erstmal wie gesagt jetzt könnt ihr das auto nehmen ihr müsst euch zu einer garage fahren das auto verkaufen und das war es auch eigentlich von mir meine freunde wie gesagt daumen nach oben cooles kommentar und abonniert meinen channel haut rein meine freunde bis zum Bis zum nächsten Mal.